Warum auch immer, ihr wollt euer Motorrad verkaufen und natürlich wollt ihr für euer geliebte Schätzchen den besten Preis, den ihr dafür bekommen könnt. Und mit den sechs einfachen Tipps, die ich euch in dem Video gebe, die man einfach Stück für Stück dann abarbeiten muss, garantiere ich euch, dass ihr mehrere hundert Euro spart, in speziellen Fällen vielleicht sogar bis zu 1000 Euro. Und ihr müsst auch nichts mitschreiben, es ist alles in der Videobeschreibung inklusive Verkaufstext zum Rauskopieren. Und wir klären auch so wichtige Fragen, wie soll ich nochmal Reifen wechseln vom Motorradverkauf, soll ich nochmal einen Service machen, einen großen oder einen kleinen. Alles wollen wir im Laufe des Videos klären und wir steigen direkt an der Stelle ein mit dem Verkaufszeitraum. Es macht beim Motorrädern einen deutlichen Unterschied, ähnlich wie bei Cabrios, wann man sein Motorrad verkauft. Der beste Verkaufszeitraum ist so 1. März, das ist so generell der Saisonstart und bis Ende Juni. Das ist so der beste Verkaufszeitraum. Dann kommt Juli bis August, September, da kommt dann das kleine Sommerloch, da sind viele Leute im Urlaub. Da hapert es dann so ein bisschen mit den Preisen und viele verkaufen dann eben zum Saisonende. Das sind dann die sogenannten Winterschnäppchen. In der Zeit würde ich tendenziell eher nicht verkaufen, wenn ihr ein hochwertiges Motorrad habt, was top gepflegt ist. Weil das geht da ein bisschen unter in den ganzen Winterschnäppchen. Das sind Bikes, die wurden die Saison über gefahren. Da sind dann die Reifen runter, Kette runter, Service steht an. Die sind dann tatsächlich günstiger, weil die halt auch nicht so top gepflegt sind in dem Moment. Der zweite Punkt, nachdem ihr den Verkaufszeitraum bestimmt habt, ist also nun die Vorbereitung. Bei der Vorbereitung, das erste was ihr macht, ihr sucht euch alle Unterlagen raus, die ihr habt. Fahrzeugschein Teil 1, Teil 2, alle Rechnungen, die ihr habt, Wartungspläne, Checkhefte. All die Unterlagen sucht ihr einmal raus, legt die schön auf den Tisch, auf den Boden und macht mal ein Foto davon. Das kommt auch später an Immobilie. Das suggeriert dem Käufer schon mal, dass es sich um ein hochwertiges, gepflegtes Fahrzeug handelt. Das ist der erste Teil der Vorbereitung und der zweite Teil wäre dann einmal die Wäsche von dem Motorrad. Das ist auch essentiell wichtig. Ein gepflegtes Motorrad und dazu kommt später auch eine aufgeräumte Garage. Zeigen einfach den potenziellen Käufern, dass ihr euch um euren Motorrad gekümmert habt, dass es euch viel wert ist. Das heißt, gerne einmal oben in die Playlist reinschauen, wie man sein Motorrad richtig putzt oder auch gerne noch von Hand poliert. Ihr wollt damit ja niemanden blenden, aber ihr wollt auch das Motorrad im besten Licht scheinen lassen, wie es eben möglich ist. Deshalb ist die Wäsche essentiell wichtig zum Verkaufen von dem Motorrad. Was ihr dann macht im Anschluss, ist ein Technik-Check. Auch das ist dann alles später wichtig für das Verkaufsgespräch. Warum? Ihr wollt nicht handeln nach unten, maximal nach oben. Und da müsst ihr Sicherheit haben. Ihr müsst euch sicher sein, dass ihr was Gutes verkauft und deshalb gehört der Technik-Check dazu. Da macht man es quasi reversibel zu dem, wie wir es beim Kaufen gemacht haben. Auch da gibt es ein Video, wo ihr mal reinschauen könnt. Ansonsten checkt ihr Bremsscheiben, Bremsbeläge, ihr messt natürlich die Reifenprofiltiefe, ihr schaut, ob ein Service ansteht. Und checkt einfach alles einmal durch, Federung, ob irgendwo Öl raussift, ob das in einem guten Zustand ist. Weil nur so könnt ihr gewährleisten, dass ihr eben nicht mit dem Preis runtergehen müsst, weil ihr überzeugt seid, ihr habt ein hochwertiges Motorrad. Die Frage, die es dann viele stellen, soll ich nochmal einen Service machen, ob ich das Bike verkaufe oder nicht, oder soll ich nochmal TÜV machen? Da gibt es ein klares Jein. Beim TÜV würde ich sagen, ja, warum? Ihr haftet natürlich als Verkäufer, auch wenn ihr Privatverkäufer seid, in einem gewissen Rahmen für das, was ihr verkauft. Und TÜV gibt euch einfach Sicherheit, wenn jemand sagt, hey, ich hatte danach einen schweren Unfall. Der Verkäufer ist schuld, könnte sagen, nee, sorry, ich war beim TÜV vor zwei Wochen. Das hätte denen ja auch auffallen müssen. Also es gibt euch schon mal ein bisschen Sicherheit. Wenn der TÜV, sage ich mal, so ein halbes Jahr vor Ablauf, macht man den einfach nochmal neu. Das kostet so 80, 90 Euro. Das soll es auf jeden Fall wert sein. Und es gibt auch dem Käufer Sicherheit, wenn sie einer nicht ganz sicher ist, sieht, okay, TÜV ist wirklich neu. Da wird schon nichts gravierendes an dem Motorrad sein. Beim Service ist so, Kleinigkeiten, die ihr selbst machen könnt, selbst machen oder bei einer freien Werkstatt machen lassen, wie zum Beispiel Bremsflüssigkeit wechseln. Das würde ich vielleicht noch machen, vielleicht einen Luftfilter tauschen, wenn es ansteht. Größere Sachen, wie Ventile einstellen, würde ich nicht machen. Warum? Die Preise schwanken doch recht deutlich. Ihr müsst halt später, wenn wir zum Verkaufstext schreiben, deutlich reinschreiben, Ventilservice steht an. Habe ich nicht erledigt bisher. Die nächste Frage, die häufig kommt, sollte ich nochmal Reifen wechseln, wenn die abgefahren sind vom Verkaufen? Ich sage nein. Warum? Die meisten Menschen rechnen, wenn es um die Preisverhandlung geht, damit mit dem Neupreis der Reifen. Bei dem Bike weiß ich es gar nicht, aber es werden auch so 250 Euro sein, 250 Euro. Die Montage rechnen viele Leute nicht mit ein. Und es sind halt gerne mal so 40 bis, ich weiß nicht, was Montage maximal kostet, 60 Euro, 40, 60 Euro. Das rechnen die Leute schon mal nicht ein. Das heißt, das Geld könnte an der Stelle schon mal sparen. Plus, ihr wisst ja auch nicht, ob der Käufer des Motorrades dann einfach die Reifen fahren möchte, die drauf sind. Und auch so eine häufig gestellte Frage, soll ich die Anbauteile extra verkaufen? Auch da ein klares Jein. Es gibt Teile wie zum Beispiel vielleicht hier die Sitzbank. Da könnte man auf Original umrüsten und die Zuber Sitzbank dann verkaufen. Sowas wie Federbeine, Lenker, Spiegel würde ich nicht abbauen. Bei der Tuono zum Beispiel könnte man sagen, okay, ich baue den Akrapovic ab. Und verkaufe den extra, da kriegt ihr noch so 800 bis 1200 Euro um den Dreh rum. Da würde es sich gegebenenfalls lohnen. Aber dann, wenn wir gleich zum nächsten Punkt Fotos kommen. Die Fotos sollten eigentlich so gemacht werden von dem Motorrad, wie ihr es verkauft. Ich meine, ihr kennt es vielleicht auch. Ihr geht auf Mobile, findet ein Angebot, super nice, Preis passt. Und dann guckt ihr in die Zubehörliste und dann heißt dann, ja, Spiegel nochmal 50 Euro extra. Abdeckung hier 30 Euro, Auspuff 800 Euro extra. Das ist super nervig und das bringt schon so eine schlechte Grundstimmung, die ihr nicht haben wollt. Deshalb Anbauteile, wenn ihr sie extra verkaufen wollt, vor den Fotos abbauen. Und ja, bei einem Auspuff, wie bei einem Akrapovic, wird es sich lohnen. Bei anderen Anbauteilen, wie Hebeln, ja, bedingt hier Bremse, Sofa, Abdeckung, so Sachen würde ich dranlassen. Das ist ein Blinker sowieso. Also tendenziell eher dranlassen, nur ganz teure Sachen abbauen. Der nächste wichtige, große Punkt zum Verkaufen sind natürlich die Verkaufsfotos. Und da sieht man ja wirklich die wildesten Sachen. Irgendwie so Typen beim Wheelie machen, beim Knieschleifen, auf der Rennstrecke. Das sind alles Bilder, die ich auf gar keinen Fall Immobile stellen würde. Was man sehen möchte, wenn man ein Motorrad kauft, ist das Motorrad. Es geht also nicht um die Bildkomposition. Das ist ein super schönes Gebäude im Hintergrund zu sehen. Es geht um das Motorrad und um nichts anderes. Da braucht man keine hochwertige Kamera für. Ich mache ein paar Bilder nachher mit der Cam im JPEG-Modus, also nicht RAW oder so, sondern einfach Bilder, wo das Motorrad im Mittelpunkt ist, wo alles scharf gestellt ist, wo halbwegs eine gute Beleuchtung da ist, jetzt schon ein bisschen später. Am besten macht es wirklich 12 Uhr mittags, wo einfach alles hell ausgeleuchtet ist. Und dann macht ihr einfach ein paar Bilder, einmal ringsherum vom ganzen Motorrad, so Gesamtkonstrukt. Ihr habt bei Mobile, glaube ich, so 12, 14 Bilder, die ihr posten dürft. Und da würde ich mir so drei, vier nehmen für so einen Gesamteindruck des Motorrades. Dann vielleicht ein paar Details fotografieren, wie zum Beispiel den Tacho mit den Kilometern oder wann der nächste Service ansteht und auch Beschädigungen fotografieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur reinschreibt, ich habe hier oder dort einen Kratzer, sondern einfach von dem Kratzer ein Foto machen. Es gibt dann später einen kleinen Trick und zwar macht man Fotos von Beschädigungen und dann macht man eine kleine Collage draus aus vier Bildern von beschädigten Teilen zum Beispiel und stellt die mit rein. Der Vorteil davon ist, ihr habt es dann im Verkaufstext später drinstehen. Ihr habt ein Foto davon gemacht, aber es ist nicht allzu groß zu sehen. Aber ihr habt es offen und ehrlich kommuniziert, also auch kein Punkt, um später den Preis verhandeln zu müssen. Der wichtigste Teil beim Verkaufen neben den Fotos ist eigentlich der Verkaufstext. Und hier ist am besten, ihr seid wieder offen und ehrlich und gebt detaillierte Angaben. Was keiner lesen will, sind irgendwelche Prosa-Texte über die vorzügliche Halbbarkeit der Rauhalis oder wie viele Frauen jenseits der 60er damit abschleppen können. Das interessiert keinen und wenn, wissen die Leute das selbst. Gefragt sind Sachen wie Historie und Wartung und Sonstiges, nenne ich es mal, die kurz, knapp, aber auch prägnant einfach. Niemand will lesen 50% Reifenprofiltief. Was ist denn das für eine Angabe? Also der Rotec 01 hat 6,5 mm neu, der M9R-R hat 5,5 und der Supercorsa SP hat 4,5 mm. Ich bezweifle mal, dass jeder jetzt genau die Profiltiefen kennt und was genau 50% sind. Deswegen messt es, schreibt rein, 2 mm. Dann weiß jeder genau, wie viel er noch mit dem Reifen fahren kann. Anfangen solltet ihr aber natürlich mit der Historie. Das heißt, schreibt nicht rein, 2 Vorbesitzer, schreibt, ich bin der 2. Besitzer. Weil die anderen Sachenformulierungen können teilweise verwirrend sein. Das war oft so, da stand dann 2 Vorbesitzer mit drin. Da denke ich mir, okay, ja, aber der Typ war dann doch der 3. oder war dann doch der 2. Also schreibt rein, ich bin der 3. Besitzer des Motorrades, ich habe das hier gekauft. Es hat Erstzulassung in Deutschland, es hat die und die Anzahl an Kilometer, da steht es auch schon oben drin, aber könnt ihr gerne nochmal reinschreiben. Ist unfallfrei, unfallfrei. Das ist so die Historie des Motorrades, die man einmal grob beschreiben sollte. Was als nächstes interessiert ist, wenn jemand weiß, okay, das Bike ist in Deutschland zugelassen, ich bin der 2. Typ, dem es gehört, was will ich dann noch wissen? Alles, was mir Kosten zu tun hat. Also stehen Wartungen an, stehen Reparaturen an. Das heißt, ihr schreibt rein, 1.000 km Einfahrservice gemacht, bei 5.000 km im November 2000 irgendwas den 1. Service gemacht, ein Jahr später den nächsten Service und dann schreibt auch rein, was gemacht wurde. Also November 2018, Bremsflüssigkeit gewechselt, Motoröl und generelle Durchsicht oder sowas. Also schreibt wirklich rein, was ihr davor rausgesucht habt in den Rechnungen von der Werkstatt und macht dann eine saubere Auflistung, was für ein Datum und welche Kilometerzahl ihr in den Service gemacht habt. Dann schreibt ihr darunter, ob ein Service offen ist oder wann der nächste Service kommt. Nächster Service in, 1.000 km oder Jahresende zum Beispiel. Und schreibt dann auch gerne dazu, wenn ihr einen richtig großen Service gemacht habt. Wenn T-Service ist schon gemacht, bei der Ducati Zahnrieben ist gewechselt, bei der Harley Antriebsrieben gewechselt. Das sind die großen Sachen, die man ruhig nochmal extra erwähnen kann an der Stelle. Im unteren Teil kommt dann das, ich nenne es mal Sonstiges, wo man alles erwähnen könnte, was nicht in Historie und Wartung reinpasst. Das heißt zum Beispiel, Überführung mit Nummernschild möglich, Probefahrt ist möglich, aber nur mit Hinterlegung von der Kaution. All die Sachen, die man so zum Verkauf dazu braucht. Wie gesagt, kurz, sachlich, prägnant, kein Prosa-Text. Und nochmal, ihr habt unten eine Bibelbeschreibung, die könnt ihr einfach kopieren. Wenn ihr gar keine Ahnung vom Preis habt, dann macht ihr eine Umkreissuche nach dem spezifischen Fahrzeug. Da müsst ihr halt wissen, wann große Änderungen waren. Bei der T-ONO war es 2017, Umstellung von Euro 3 auf Euro 4, da müsst ihr halt drauf achten. Genauso bei der, die Umstellung auf Euro 4. Das heißt, nach dem speziellen Baujahr solltet ihr suchen. Bei den Kilometern würde ich eher großzügig sein. Die hat jetzt 11.800 Kilometer, würde ich jetzt mal suchen bis 20.000 Kilometer ungefähr. Und dann einfach nach Bonneville T100 oder vielleicht nach ähnlichen Vergleichsmodellen. Es gibt ja noch die abgespeckteren Versionen von denen. Das könnt ihr vielleicht auch noch mit einbeziehen, aber jetzt nicht primär. Erstmal sucht ihr nach dem Bike mit dem Baujahr und ähnlicher Kilometeranzahl deutschlandweit. Und das tut ihr dann einfach preisaufsteigend sortieren. Und schaut mal, was für die billigsten sind und ob die dementsprechend, was ihr anzubieten habt. Also ob da die Reifen auch neu sind oder abgefahren, je nachdem, ob der TÜV neu ist, Privathändler. Aber das müsst ihr also ein bisschen einsortieren. Und dann würde ich das Gleiche nochmal machen in der Umkreissuche von 200 Kilometern. Das ist so der Bereich, wo der ADAC sagt, in dem Bereich kaufen Menschen ihr Motorrad am liebsten, weil halt der Transport nicht das größte Problem ist. Bei über 500 Kilometern oder 400 Kilometern muss man ein Logistikunternehmen beauftragen oder muss sie einen Transporter mieten und da sehr viel für die Kilometerlaufleistung draufzahlen. Deswegen nochmal suchen im 200 Kilometer Umkreis. Und dann kommt ihr, wie gesagt, zu diesem Preis, jetzt wo wir sagen, 8000 Euro wollt ihr haben. Wirklich auf gar keinen Fall drunter gehen, wollt ihr die unter 7,7. Aber, sagen wir mal hingestellt, macht ihr auch nicht. 8000 Euro wollt ihr haben, also inseriere ich die für 8400, 8500 Euro. Was dann als nächstes kommt und wovor sich die meisten Menschen fürchten, ist immer die Preisverhandlung. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn ihr ordentliche Bilder gemacht habt. Ihr habt alle Schäden angegeben, ihr wart ehrlich mit der reifen Profiltiefe und habt nicht 50% reingeschrieben. Dann hat die Person ihr gar keinen Grund, am Preis zu handeln. Aber ihr macht es eigentlich so, wenn der Worst Case eintritt und ein Käufer kommt wirklich, freundlich begrüßen, was zu trinken anbieten, ein Wasser, einen Kaffee, vielleicht muss er kurz auf Toilette, weil er eine weite Anreise gehabt hat. Dann geht ihr zum Bike und dann mache ich es ihr mal so, ich erzähle ein bisschen was über das Motorrad. Ich habe das dann und dann gekauft, so ein 2 Kilometer mitgefahren, keine Probleme gehabt. Ich möchte es verkaufen aus dem und dem Grund. Und dann fangen die Leute immer schon an, so ein bisschen ums Motorrad zu laufen und sich so einen Gesamteindruck zu holen, ob das, was sie auf den Bildern gesehen haben, dem ungefähr entspricht, wovor sie jetzt einfach stehen. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass ihr in der Beschreibung und bei den Fotos einfach nicht geschwindelt oder gelogen habt, weil dann findet ihr ja nichts. Dann kann er alles nachmessen. Ich biete den Leuten auch gerne mal einen Messschieber noch an oder vielleicht eine Fühlerlehre, einfach um die Sachen nochmal nachzumessen, um zu zeigen, okay, das, was ich angegeben habe, entspricht der Wahrheit. Das gibt denen auch ein gutes Gefühl, dass sie ein gutes, hochwertiges Motorrad kaufen. Dann kommt natürlich die Probefahrt. Auch da unbedingt eine Probefahrtvereinbarung machen. Wenn ihr den Luxus habt von zwei Motorrädern, habe ich es auch schon so gemacht, dass ich mitgefahren bin dann mit einem anderen Bike, ist dann unterwegs leer gegangen, war auch super. Genau, dann könnt ihr ihm so ein bisschen die Strecken zeigen. Ihr könnt so ein bisschen schauen, dass er nicht komplett eskaliert auf dem Motorrad. Und genau, nach der Probefahrt läuft es eigentlich in Deutschland auch immer gleich ab. Die Leute steigen ab, sagen, naja, ist schon ein gutes Bike und laufen noch ein bisschen drumherum. Und sagen, ja, würde mich schon interessieren, würde schon nehmen, aber am Preis müssen wir noch ein bisschen was machen. Und da gibt es eigentlich, hat man immer früher gesagt, eine Regel, wer zuerst einen Preis sagt, der hat verloren. Ja, stimmt bedingt. Es hängt vom Preis ab. Bei Preisen, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ihr wollt 8.000 Euro für euren Motorrad haben, ihr habt es inseriert für 8.400, 8.500. Zu 5 Prozent kann man ruhig oben draufschlagen, von dem, was man eigentlich haben möchte, die 8.000 Euro, wenn nicht eure Schmerzgrenze. Also wirklich Schmerzgrenze, wenn ich das Wort hasse. Wir haben vielleicht 7.500 oder 7.700 oder sowas. Aber ihr wollt 8.000 Euro haben. Ihr habt es also inseriert für 8.400 oder 8.500. Und dann geht die Preisverhandlung los. Und ich würde an der Stelle eigentlich sagen, ja gut, der Preis ist eigentlich so, wie er ist. Oder haben sie irgendwas gefunden, was es rechtfertigt, mit dem Preis runterzugehen? Und das ist genau der Punkt, das haben sie eben nicht. Weil ihr habt es ordentlich vorbereitet, ihr habt es ordentlich angegeben. Dann müssen sie schon mal sagen, nein. Und dann seid ihr in einer super Verhandlungsposition. Dann kann man sagen, ja okay, aber warum wollen sie verhandeln? Sie haben das Bike so angeschaut, wie es inseriert war, für den Preis. Sie haben nichts gefunden, was es rechtfertigen würde, den Preis runterzugehen. Warum wollen sie dann auch runtergehen? Dann werden die meisten wahrscheinlich irgendwie sagen, ja gut, das gehört halt irgendwie dazu. Oder ja, es ist mir halt trotzdem zu teuer. Dann könnt ihr immer noch fragen, ja, was haben sie sich denn vorgestellt? Bei 8.400 wird jeder sagen, glatter Betrag 8.000. Und da müsst ihr jetzt einfach drei Minuten eures Lebens ein bisschen hart bleiben und sagen, ja gut, aber die 8.000 möchte ich nicht. Ihr müsst auch nicht sagen, das geht nicht oder die sehe ich nicht. Ihr könnt ruhig sagen, ihr möchtet das nicht. Und ich denke, das Motorrad ist auch die 8.400 wert. Und die Menschen werden dann auch darauf eingehen. In der Regel, dass ihr euch vielleicht bei 8.200 trefft und dann hättet ihr halt wieder diese 200 Euro gespart. Zum Thema Preisverhandlung vorab am Telefon und E-Mail absolut gerne. Das ist das Beste, was passieren kann. Vor allem, wenn die Leute eine weite Anfahrt haben. Wir wohnen jetzt in der Nähe von Stuttgart. Wenn einer aus Hamburg kommt, um ein Motorrad zu kaufen und der verhandelt vorher den Preis und kommt aus Hamburg mit dem Hänger hergefahren, dann kauft er das Motorrad. Dann wird er wegen 200 Euro nicht ohne Motorrad heimfahren. Auf gar keinen Fall. Deshalb Preisverhandlung vorab am Telefon absolut gerne. Wenn am Telefon schon nach der Schmerzgrenze gefragt wird, dann sage ich immer, keine Ahnung, Schuss ins Bein oder Nagel im Sack. Aber da müsst ihr dann nicht drauf eingehen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem auf einer vernünftigen Basis vorab verhandeln. Am Telefon, Schmerzgrenzen fragen, sowas einfach ignorieren. Wenn das Bike inseriert ist und es wurde jetzt 100 Mal angeschaut, 8 Mal geparkt, dann geht nicht sofort mit dem Preis runter. Das ist sehr verlockend, um zu sagen, okay, ich will das Motorrad schnell loswerden. Geht nicht mit dem Preis runter. Ihr habt von März, April, Mai, Juni vier Monate eigentlich Zeit, um das Motorrad zu einem guten Preis zu verkaufen. Deshalb seid ihr einfach ein bisschen geduldig. Ihr könnt nach zwei Monaten immer noch mit dem Preis runtergehen. Was man machen kann, ist, wenn es oft geparkt wurde, ist, ihr löscht euer Inserat, ihr speichert das vor allem ab, ihr löscht das Inserat und stellt es eine Woche später wieder ein. Wenn es inserat gelöscht wurde und viele haben es geparkt, die es eigentlich kaufen wollten, kriegen die so ein bisschen Panik, oh Mann, das wäre das perfekte Bike gewesen, jetzt ist es weg, eine Woche später kommt es wieder online. Falls ihr dann gefragt werdet, sagt ihr, ja, das Bike war eigentlich gekauft, der Typ war da, wir haben uns auf den Preis geeinigt gehabt, aber die Finanzierung bei seiner Bank hat nicht funktioniert. Das ist schon nicht mehr so ganz ehrlich und ist auch so ein bisschen so ein shady Verkäufer-Trick, aber so kann man nochmal einen extra Anreiz schaffen, falls es doch nicht innerhalb von vier Wochen verkauft sein sollte. Wenn der Kauf von dem Motorrad besiegelt ist, mit einem Spuck in die Hände und einem Kaufvertrag, auch zum Download unten nochmal, ganz wichtig, Geld einmal zählen natürlich, bei größeren Beträgen, wenn ihr jetzt gerade eure Panigale Superlegra verkauft habt, für 100.000, das Geld direkt auf die Bank bringen, einzahlen, das ist quasi so ein Check, ob es sich so ein Falschgeld hat, muss ja nicht mal Absicht sein, das einmal checken lassen, Verträge unterschreiben, in den Verträgen auf jeden Fall Service nochmal festhalten, ganz wichtig, und Unfälle, unfallfrei, diese Sachen müsst ihr einmal reinschreiben. Auch als Privatperson haftet ihr dafür, wenn ihr wissentlich Schäden eures Zweirads verschleiert und müsst das auch zurücknehmen. Das wird dann per Gericht angeordnet und dann kann der Käufer das Motorrad zurückgeben und ihr müsst es im vollen Preis zurückerstatten. Da seid ihr wie gesagt haftbar, deshalb wirklich Schäden, alles was ihr gesehen habt, müsst ihr dokumentieren. Gerade Sachen wie kaputte Lenkanschläge, gebrochener Rahmen etc., das sind Sachen, die man wirklich im Kaufvertrag einmal angeben sollte. Wenn ihr auf der Rennstrecke gestürzt habt, dann schreibt rein Sturz auf der Rennstrecke. Damit deckt ihr es auch ab, falls ihr Schäden wirklich nicht gesehen habt. Aber wenn ihr gesagt habt, hätte ich mich auf der Rennstrecke abgestiegen bei 140, dann weiß der Käufer, er muss halt gegebenenfalls mit Schäden einfach rechnen. So, das war es schon. Wenn ihr die sechs Punkte beachtet, bekommt ihr das Motorrad mit Sicherheit zu einem guten Preis verkauft. Ihr spart auf jeden Fall ein paar hundert Euro im Vergleich dazu, wenn ihr es eben nicht pflegen würdet, nicht ordentlich inserieren würdet, keine ordentlichen Bilder machen würdet. Da spart ihr auf jeden Fall Geld, spätestens in der Preisverhandlung. Im Optimalfall natürlich, wenn ihr euch zum Beispiel ein neues Motorrad kaufen möchtet, bestellt ihr das Januar, Februar. Da gibt es bei den meisten Händlern irgendwelche guten Angebote. Und wenn ihr es euch dann eben, wie gesagt, leisten könnt, dann lasst ihr das Bike einfach in der Garage stehen, tut es schön herrichten und verkauft es dann so April, Mai, würde ich es dann einfach mal reinstellen. Dann könnt ihr wirklich bis zu 1.000 Euro sparen bei einem Motorradpreis von 8.000 bis 13.000 Euro. Es sind wirklich 1.000 Euro als Sparnis drin und es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, das so zu machen, wenn es finanziell irgendwie geht. Ansonsten viel Erfolg beim Verkaufen von eurem Bike und ansonsten bis zum nächsten Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF,